Ah, Ben! Hi, Harald. Na, wie geht's? Ja, ganz gut. Wie läuft's an der Schule? Alles super, danke. Schön. Du, ich bräuchte mal deinen fachmännischen Rat als Polizist. Aha. Schule und... ...hatte heute ihre neue Klasse zum ersten Mal. Also, was gibt's da Richtiges? So, Frau Lerner von Hardenbeck. Als erstes müssen wir Ihnen mal ein bisschen Blut abnehmen. Wie bitte? Ich mach's schon mal den Arm frei. Nein. Was heißt hier nein? Beim Blut abnehmen ist das immer so ein schrecklicher Schmerz. Ist dir nicht Mühe gegeben. Schön. Womit hab ich das verdient? Ah, die Soße! Na, lass mal. Lass mal. Ich mach das. Ne? Oh, nein, nein. Da ist Sahne drin. Die ist für dich. Nur auf die Kartoffeln, bitte. Mhm. Ich mach das. Diese .